Hallo liebe Leute, da sind wir wieder mit Reign of Kings und zwar mit dem Zonky Und ganz neu, mein alter Freund Waralor Wir haben uns per Zufall hier, also per Zufall, via Steam noch getroffen und ja jetzt machen wir das zu dritt Ich freue mich richtig drüber und wir haben uns jetzt auch endlich gefunden, das hat doch eine Ecke gedauert Also das hat hier doch ein bisschen so Breaking Point Epoch Ausmaße, wenn man sich, ja wenn man an verschiedenen Orten spawnt halt Ja, Bigfoot hier ne Aber ihr seht irgendwie aus, ihr seid voll klein, guck mal wie groß ich bin gegen euch Ja, mit so Füßen musst du auch eine gewisse Körperlänge haben, sonst hast du keinen Schwerpunkt Und dann haut es dich laufend auf die Nase Aber das ist ja schon, also den Hässlichkeitspreis hast du gewonnen Ja, ich habe ja auch die Tarnfarbe angezogen Genau, gut Leute, was machen wir? Ja, erstmal Grundstoffe sammeln wir Genau, also wir haben hier mit Waralor einen Profi schon bald an Bord, weil er gut neun Stunden am Stück gezockt hat, hat er gesagt Ja gut, aber Auf einen und derselben Server? Ja Okay, aus was wollen wir denn bauen? Ich würde sagen aus Lehm, aber Lehm findest du wieder nicht, ne? Ich würde sagen, ganz ehrlich, äh, aus Holz Aus Holz, okay, dann gehen wir Holz hacken Du brauchst aber trotzdem Stein und Ding, ne? Was? Äh, Stein und Eisen und so brauchst du trotzdem Okay Äh, warum aus Holz hat das einen bestimmten Grund? Es geht tausendmal schneller, das ist überall Ah, okay Ja, bis du jetzt, äh, so viel Stein gesammelt hast, wie du brauchst, um die Blöcke zu craften Das dauert ewig Das stimmt Oh, was ist jetzt los? Also konzentrieren wir uns jetzt erstmal nur aufs Bauen, ohne dass wir uns jetzt erstmal angleiten Äh, du kannst dich ja auch mit Holz angleiten Ja, ja, das haben wir ja auch schon gemacht gehabt Aber wir brauchen was ja zum Bauen Ja gut, aber ich würde jetzt sagen, ähm, wir sollten vielleicht doch mal hochgehen, äh, Stein suchen Mal mit Stein und Werkzeug, äh, fällst du die Bäume einfach zehnmal schneller Okay Das ist wohl wahr Was man vielleicht noch sagen muss, falls jemand unser Haus vermisst aus Folge 4 Ja, das ist halt auch so eine Sache hier Ähm, da hätten wir wieder auf den gleichen Server gemusst Und der war voll Und das ist halt, wenn man hier abends aufnimmt, dann ist das so eine Sache Dann sind die Server halt praktisch alle nagelvoll Also da kann man froh sein, wenn man Platz findet Jetzt fangen wir halt wieder bei Null an Genau Das ist halt leider Ähm, aber Heisenberg, wenn du das Haus nochmal sehen willst, das ist bei Oh, ich höre hier der Maus und ganz viele Nebengeräusche Boah, was ist denn hier los? Hier tun, äh, äh, voll viele Drohnen besteigen Äh Der ist wohl nicht gut geschützt Ach, du meinst, dieses Rauschen, das kommt von Heisenberg Jetzt bringt Heisenberg die lauten Geräusche Ne, ich rausche doch nicht Das mache ich aus Prinzip nicht Das haben wir doch schon mal rausgefunden bei, äh, bei TS3 Wenn du länger nichts redest, wirst du immer so rauschen Ach Ja Okay, das sollte selten passieren, dass ich länger nichts sage Das wäre Ja, ist ganz komisch Das wäre eine Ausnahme Was ich dir aber sagen wollte, wenn du das Haus nochmal sehen möchtest Das findest du auf jeden Fall bei dem, ähm, Spiele Rausch Hier schreit da jemand Mama Ja, Entschuldigung Achso, das findest du auf jeden Fall bei dem Spiele Rausch bei Let's Plays TV, weil ich da nochmal in dem Haus aufgenommen hab Ah, okay, ja, dann kann man es nochmal sehen Da kannst du mal sehen, was ich noch gebaut hab im Nachhinein Jo Also ich war es nicht, der Mama gerufen hat Ja, wer weiß Weil ich bin eigentlich echt immer so, ich bin so ungern der Crafter, das sag ich ganz ehrlich Aber bei dem Spiel hab ich das voll gesuchtet Aber ich kam da nicht auf den Server Ja, ich war eben Ich war halt auf dem PvE-Server, ne, da hatte ich keine Angst, dass mich niemand angreift Ja, da kannst du natürlich schön in Ruhe Ja, da war erst oben ab der Burg PvP-Bereich So, ja, das ist ja doof Ja, gut, ich wollte halt testen, ne, also Ja, ne, um in Ruhe mal gucken, was man alles machen kann Ist das eigentlich was Bessere Wenn du jedes Mal Angst haben musst, dass der eine irgendwie sein Pilum in Sternum rammt Und du kannst ja halt Du kannst wirklich so viel machen hier Mhm, das haben wir gesehen, das ist krass Was ich aber beim Kronk gesehen hab, was ich doof finde, dass du mit, äh, mit einem Holzsperr eine Eisenrüstung locker durchbohren kannst Ja, gut, die waren aber zu dritt, ne Ja, ja Ja, gut, und das ist halt vielleicht dann noch der Alpha geschuldet Dass sie das irgendwann Das stimmt Noch fixen werden Sag mal, wie sieht denn Flachs aus? Ist das dieses Zeug? Das ist das, nein, das ist so weisse Büsche Weisse Büsche, das sind doch weisse Büsche Ja, aber ganz, ganz eng gewachsene weisse Büsche Ja, genau Oh, guck mal, hier ist ein Lagerfeuer, das können wir grad mitnehmen, können wir klauen Ach, das kannst du klauen? Auf manchen Servern ja, auf manchen nein Aha, je nachdem wie sie eingestellt ist Aber nur nutzen kann man es, glaube ich Ne, du kannst dir gar nichts machen Entweder ist der Server abgeschmiert Weil ihr bewegt euch auch nicht mehr Ach, ne Stimmt Ich hack aber noch Holz Ja, klar Holz hacken kann ich auch noch Aber ihr bewegt euch nicht mehr Doch, also ich bewege mich noch Stimmt, ihr bewegt euch nicht mehr Ich bin jetzt grad quer über die Map gerannt Aber das Holz wird auch noch gezählt, ne? Ja, ja Ja, vielleicht fängt er sich ja wieder Ja Der Waralor guckt dir grad ein Stück Holz an Das ist ein Baum Oh, jetzt ist der Baum weg Ne, also Soki steht bei mir auch noch rum Waralor guckt immer noch Na gut, da kann ich mir das Haken ja eigentlich schenken Ja, nutzen sich eigentlich die Waffen ab? Ne Okay Also ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen Oh, komm Ich lass mal einen von euch ja hängen Hä? Ja, du kannst hier Spieler doch quälen Ja, ja Brauchst du dafür nicht irgendeine Ausstattung Bevor du da jemanden quälen kannst? Ja, hier steht doch einer Achso, ja Ich weiß ja nicht, wo du bist Ja Weil Ich stehe eigentlich neben dir, aber Achso Ah, ich sehe den Galgen, ja, stimmt Hier tut sich ja nichts mehr Ah ja, jetzt sehe ich noch, ne Hier tut sich irgendwie wirklich nichts mehr Wutang-Wutang-Clan, das hört sich gut an Schöner Case Ne, Chat geht auch nicht mehr Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Gut, Leute, ich würde mal sagen Genau, ey, dann machen wir hier einen kurzen Break Und gucken mal, ob wir die Kiste hier wieder in Gang bringen Damit wir uns wieder bewegen können Ja, bis gleich So, liebe Leute, da wären wir wieder Es ist wieder Tag Da hinten steht immer noch der König Und hier stehen auch noch Sonki und Waraloh Und jetzt haben wir, glaube ich, einen Server gefunden Der laufen müsste Ja, müsste laufen, ja Ja, dann, ja, was wollten wir denn? Wo sind wir stehen geblieben, bevor wir die Verbindung verloren haben? Wir waren am Holz hacken Genau, jetzt haben wir uns aber entschieden, Leben zu klauen Genau, jetzt hacken wir Leben Und es ist, mein Gott, Sonki, du bist so hässlich Darf man das so sagen? Das darf man sagen, ja Viel zu große Füße, viel zu große Hände Und dann so eine kleine Rübe auf dem Hals Naja, ich muss noch sagen Ich habe hier schon ein paar Sachen, weil ich hier schon mal kurz gespielt habe Aber nicht wirklich viel Lass mich mal gucken Das ist wahrscheinlich ein Server, wo man wieder drauf kann Ja, ja Guck hier, das hier ist Flax Genau Heißen Flax, da ist Bärsch Da ist Bärsch, guck das hier Heißen Flax, der Bärsch Wie sieht das aus, wenn der springt mit seinen Füßen? Bestimmt auch lustig Da ist noch mehr Das brauche ich nämlich für Holzrüstung, habe ich gesehen Ja Habt ihr das mitbekommen? Das fand ich total lustig Ich habe bei Sky Saga eine Urheberrechtsverletzung bekommen Was? Und dann habe ich mal reingehört, was das war Das war Vogelgezwitscher Ja, das habe ich schon von Regentropfen gehört Das ist halt das YouTube Content Treffer System Das ist, wenn sich hier einer da den Anfang vom Lied schützen lässt, wo es regnet Dann hat jeder, der irgendwas draufstellt, wo es auch regnet, Pech gehabt Aber da kannst du Anspruch erheben Das zerfällt dann So, wie viel müssen wir denn bezahlen? 10%? 1%? Wo haben wir denn den Lehm? Wo seid ihr denn jetzt alle? Wir haben 10% Ey, boah Ah, jetzt habe ich natürlich kein Holz mehr wahrscheinlich Nachdem ich Nee Ich habe viel zu wenig Viel zu wenig Flax und kein Holz Kann man eigentlich auch Sachen, die andere Spiele gebaut haben, wieder kaputt machen? Ja, aber die haben verdammt viele Heals Zum Beispiel so eine Tür So eine Ähm Sag schon So eine Holztür Die hat 1500 Leben Okay Also Schläge oder wie, wie rechnet sich das? Nee, nee, also Zum Beispiel dieses erste Eisenschwert, das macht 8 Schaden Achso Aha Dann 1500 doch 8 im Prinzip Das gäbe dann Zu viel Im Übrigen hattest du ein Getreide Das rechne ich jetzt nicht Was du als Schwert bezeichnet hast, heißt ein Bäsch, das war ein Getreidemesser oder so Achso, ja letztes Mal Ja, das war ja auch ein bisschen klein, das muss man sagen Das, was ihr meint, war bestimmt die erste Hacke, oder? Ja, nee, das war so eine Art Wie sah das aus? Zahnstocher Achso Ja, das war wirklich ein Zahnstocher Ach, damit du den Menschen erstochen hast? Ja, genau Aber das Ding hat Das hatte auch 8 Schaden Also dafür, dass es so klein war Naja Hat es doch eigentlich, äh Ich werde mal hier mal ganz kurz ein bisschen Holz klopfen Damit ich mir irgendwie ein bisschen Holzrüstung machen kann Denn so viel Lehm wird es da unten nicht mehr haben, dass ich da jetzt auch noch mitklopfen muss Das hier war es schon an Clay Du weißt aber, dass du nicht die ganze Zeit drücken musst wie doof Du brauchst einfach nur halten Ich höre dich nämlich wieder Stimmt Ja, ja Ich hab Guck mal, jetzt haben wir schon wieder einen Heisenberg verloren Ne, der steht neben dir, oder nicht? Ah, ne, okay Habe ich Ne, jetzt haben wir den Waralower verloren Ne, genau Das Lustige ist ja, wenn du, wenn du, ähm Die ganze Zeit am Klicken bist und du hast die Maus vor dem Mikro Nimmt dann die ganze Klickerei mit auf Das wird sich ja wie Tetris Naja klar, das kenn ich von, äh, von, von Stranded Deep Und da da Ruders, da hab ich am Anfang auch immer geklickt Statt, äh, einfach draufgekalken Da hast du dann halt immer Das ist ja, wenn man schon mit der Stimme nicht schafft, die Zuschauer wahnsinnig zu machen Dann schafft man's so Ist ja auch nicht schlecht Kannst du das, kannst du das Klicken nochmal machen? Wie war das? Wär ich? Ja, ich will's nochmal hören Keine Ahnung wie das klingt Wieso, ich hab auch ne komische Maus So, jetzt hab ich schon wieder mehrfach geklickt Also, wenn ihr Essen braucht, ich hab noch acht Steaks, ne Ui Ui, gut, ja Sind da schon, sind da schon Fliegen rundrum, oder müssen wir die noch fragen? Ach, und was ihr euch noch sagen wollt Ihr seid doch von, äh, von, von, von Elch abgehauen Ja Jo Da könnt ihr einfach draufgehen Aha, was haben wir denn, irgendwas haben wir doch aber noch totgeschlagen dann Bestimmt Schaf oder so Ne Ne, ein Huhn, oder? Ja, ein Huhn Und ne, und ne Ente, glaub ich Wir haben doch, aber haben wir nicht noch ein Elch gejagt, oder was, ein Reh, oder irgendwas? Irgendwas haben wir doch zulegt, und dann hatten wir das Fleisch davon Erst war's ein Huhn, erst hast du ein Huhn gekloppt, bis die Federn flogen Echt? Hm Mein Gott, bin ich vergesslich War das ein anderes Spiel, wo ich irgendwie ein Reh getötet hab? Keine Ahnung Wahrscheinlich Irgendwo hab ich, oder, ja, was es auch immer war So, jetzt mal gucken, kann ich denn jetzt hier irgendwie die Maske? Nein Ich hab viel zu viel Holz und viel zu wenig Flachs Baumfeld Ich muss ja noch Flachs haben, ich guck gleich mal Ja, Flachs brauch ich auch, aber das finden wir gleich Das müsste ja eigentlich relativ weit verbreitet sein, würd ich mir mal in so einer Welt Ja, es geht Es geht Vor allem bis wir rausgekriegt haben, bis ich ihm erklärt hab mit diesem Feuer Ich wusste ja nicht, dass es bei ihm als Occupied dasteht, wenn ich das benutze Das war auch so lustig Bei mir musst du immer ein bisschen Geduld haben bei dieser Art von Spielen Ja, ja Das weiß der wahre Lohr aber Kenn ich schon Das geilste ist halt, wenn wir jetzt spielen und so, wir können ja zum Beispiel ein Knast bauen Genau Und man steckt in Heisenberg einfach in den Knast oder so Ja, ja, klar Genau Was war denn noch beim Heisenberg so lustig? Wo er mit dem Dingens Mit dem Ich hab hier 10 stehen Hä, wo hat der 10 stehen? Ja, im Inventar 10 Stück Achso, ja Okay, bis ich da mal geschnallt hab, wie man an die Beeren rankommt Ja, das ist halt Einfach die Taste drücken Ja, ich hab 22 Flax Okay, da kann man hier einiges bauen Ich find hier alles, bloß kein Ich denke, wir hacken Holz, wo seid ihr denn schon wieder? Ja, ich weiß auch nicht, wo Heisenberg schön englisch ist Äh, warte mal Gibt's ja keine Richtungsanzeige von den Da kommt doch jemand gerannt, das ist der Warerloher Hä, wo pisst du? Hinter dir Ah, okay Hier Können wir denn schon was bauen oder? Sind wir noch in der Findungsphase? Also ich hab für mein Haus ungefähr 6.000 Holz gebraucht 6.000 Holz? Ja, ich hab aber auch ein etwas Größeres gebaut Etwas größer, du hast wahrscheinlich gleich die ganze Siedlung gebaut Nee, 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 glaub mir Du brauchst pro Holzblock 25 Holz Aber wir sind doch eigentlich mit unserem Lehmhaus relativ weit gekommen Da fehlte eigentlich nur noch ein Dach Ja, nee, aber es war zu klein Die Schlafsäcke haben mich reingepasst Achso, ja, ja, okay Pass auf, dann hatte ich mich ausgeloggt Und wollte mich wieder einloggen Und wollte weiterbauen Und wollte erst Wollte das verändern, ja Und da der Heisenberg aber mitgebaut hat Konnte ich die Blöcke nicht mehr wegnehmen Die kannst du auch so nicht mehr wegnehmen Ich denke, das kann man wieder abbauen Ja, aber nur eine Stunde lang Schön Ach, warum das denn? Das merkt sich das Ja, also ich hab bei mir auch verbaut Und konnte es nicht mehr wegnehmen Hm Okay Blöd Aber ist schon cool Diese heroische Musik und dann diese Füße Lass mal gucken, ob wir da ins Haus kommen Wenn da keine Trühe dran ist Oder so, können wir es einfach besetzen Das ist cool Oh, dann haben wir doch schon eine Lehmhütte Flowers Gut, das würde dann schon mal das Bau noch sparen Da haben wir sogar eine Bank Eine Bergbank Alter, da ist die Tür offen Ja, ja, der Typ ist auch Ach nee, ist Heisenberg Wir können jetzt rein theoretisch die Tür kaputt schlagen Warum? Wir brauchen nur Security dafür vormachen, oder nicht? Was davor machen? Was für eine Security? Du kannst ja die Sicherheitseinstellung reinmachen Oder wir schlagen die Tür kaputt Wir können die Tür Ja eben Dann können wir hier eine Tür reinsetzen Dann gehört das aus uns Ja, dann lass uns die Tür kaputt schlagen Ich hab ihm noch zu wenig Flax Aua Boah, da hat grad das Blut gespritzt Was macht ihr beide? Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal Wandfarbe Heiliges bisschen Hack du Ja, ich schlag da jetzt noch keine 1500 Mal drauf, ey Aua, scheiße Kann das sein, dass man hier die Werkbank auch gleich benutzen kann? Ja, du kannst hier alles benutzen Warum das denn? Und wieso hast du gelacht? Und was machen wir, wenn der Besitzer zurückkommt? Du hast mich doch gedacht Oh, hallo Ja, du hast gelacht Jetzt sind wir alle in einem Leichtblutverlust Aua So komm, wir müssen uns irgendwo hinstellen Dass wir alle hier draufschlagen können Ich geh weg, das sind böse Menschen Oder so wollen wir selber bauen Na, wir können die Hütte übernehmen Warum sollen wir das selber bauen? Ja, dann müssen wir aber die Tür wegkriegen Oder wir bauen einfach eine davor Darf jeder mal klopfen? Wir bauen einfach eine Tür davor Das ist doch auch eine geile Idee Warte, warte, warte Mach eine Treppe und eine Tür dazu, geil Genau, das ist viel gemeiner Wie bloß eine Tür Die Tür kaputt schlagen Guck mal, gehört uns dann das Feuer Und so alles automatisch Weil da machen wir noch einen Zaun rundherum Mit dem Holz und so Und dann haben wir hier ein großes Grundstück Warte, ich mach hier mal Macht mal ein paar Clayblöcke Aber das Problem, das Problem, Leute Ist einfach, wenn wir wieder auf diesen Server zurückgehen Was wir eigentlich wahrscheinlich wollen Wenn wir hier bauen und machen und tun Und dann ist in der Zwischenzeit Der Besitzer wieder zurückgekommen Dann ist da noch eine Tür davor Nein Nein, das geht ja nicht Das geht ja nicht Achso Aber da hat er die Tür kaputt gekloppt Ich mach mal ein paar Clayblöcke Ja Das ist, wie viele, wie viele Clay's braucht man für Oh, ich hab die vergessen da drin in der Wirkwende Aber guck mal, der hat ja sowieso nicht alles mit Lehm Da ist ja noch was Ist doch egal Der hat noch Wiese auf dem Haus Also erstmal fürs Erste Ich hab jetzt 10 Blöcke, will sie ihn haben? Oh Hallo Tag, Tag Ich glaub der Besitzer ist zurückgekommen Ja, jetzt nicht mehr Fahren heißt der Äh, wo ist er denn? Der hat mir gar gewunken Ja, der hauertlich Nee, muss nicht sein, dass der es ist Dann hauen wir den jetzt kaputt Achso, vielleicht ist ein anderer Wie winkt man denn? Auf G Auf G G ist freundlich winken, okay Wie mach ich, genau Da machen die doch alle diese komische Bewegung, ne? Ja, genau Hallo, komm mal zu Bigfoot Hab Hunger Hallo Tschüss Der geht wieder So, was brauchst du denn jetzt hier? Ja, hier nochmal so ein Eingang Dass wir uns eine Tür hinsetzen können Ich brauch ich mal nochmal Kannst du mir mal ein bisschen Flachs geben Damit ich mir irgendwie so eine Moment Warte, erstmal müssen wir das Feuer wegrücken Warte Ja, du kannst es nicht wegnehmen, glaub ich Aber das ist ja geil Was ich alles kann Was ich alles nicht kann Was ich alles können wollen würde Ja, Tür rein und fertig, ne? Gehört nicht uns Ähm Ja, ich tät aber gern noch Das ist ja gemein Komm, wir machen hier so richtig schön So einen Eingang davor Ja, eben so Ich hab ja eh kein Leben Ich geh mal gucken Ob ich nicht noch Jetzt ne Tür rein Nein, setzt mal hier einen hin Hier unten Wenn es hingeht Hier Warte Den kannst du jetzt noch wegmachen Da haben sie irgendjemand eingesperrt Der arme Kerl Der war es nicht Ja, ich bin ja schon auf dem Weg Warte Ja Ich mach schnell ne Tür so lang Wie kriegst du denn den Boden rein? Ja, das ist kompliziert Da musst du mal drehen und so ein Zeug alles Mal noch ein bisschen Holz hacken Solange die da sowieso Warte mal Ich wollt grad sagen einbrechen Aber ihr brecht in dem Sinn ja nicht ein Nö, wir bauen uns nur unser Haus neu Mach die Tür rein, fertig Ich pack hier noch einen davor Und dann machen wir die Tür so Da guckt aber einer blöd Wenn der das nächste Mal auf den Server kommt Ist das Haus oben dicht? Weil wir haben jetzt gerade eine schöne Treppe gebaut Guck's da Das ist ja geil Nein, nehmt die mal weg hier wieder Aber kann ich denn jetzt da rein? Ja, du kannst rein Du wohnst doch hier Nein, du musst auf Family stellen Warte, ich stell auf Family, geh weg Jetzt ist auf Hast du aufgemacht? Äh, nein, ich glaub ich hab nix gemacht Hier ist noch ne Kiste Kann man damit noch was machen? Ja, füllen Ist ja alles uns Gehört ja uns Wir haben ja schon gut gebaut Ach, die gehört jetzt automatisch uns Weil wir das Haus besitzen oder wie oder was Weil wir die Tür davor gebaut haben Äh, wer hat jetzt zuerst die Tür benutzt? Aber ich kann's nicht aufmachen hier, die Kiste Du musst Security machen, äh, Heisenberg Du hast die Tür zuerst benutzt Was muss ich machen? Security Jetzt geht das wieder los Und macht der Heisenberg will die Türen dicht Security Okay so? Besser? Geh doch mal vor meinem Eingang So ganz begriffen habe ich das System noch nicht Aber wir müssen das Geh mal zur Tür Und Halt E gedrückt Wir müssen das Haus eh ausbauen Das ist mir alles zu eng hier drin Ja, ja, jetzt geh doch Geh doch erstmal zur Tür Und vor allen Dingen Mach die Tür zu Jetzt Halt erstmal E gedrückt Hast du fünf Flags? Guck auf die Tür Moment Guck auf die Tür Und Halt E gedrückt Hab ich Security Und dann bei Family Musch und Haken reinmachen Mach ich Und jetzt kannst du wieder auf fertig Aha Und das heißt jetzt Dass alle durch die Tür durchkommen Nein, nur die Gilde Ja, das meine ich Also wir, die Family Äh, ja, wir müssen halt noch oben zu machen Ja, genau, ich seh's auch gerade Wir müssen erstmal die Hütte dicht machen Wir machen's jetzt dunkel Wir haben aber schon mal fröhlich die Tür verbarrikadiert Nachher kommt der Kerl wahrscheinlich von oben rein Halt Nicht da komische Sachen machen Ja gut, Leute Ich will mal sagen Das war's für die Folge Ich will nur kurz hell machen Warte, warte Er will noch kurz hell machen Ich will der Kunde machen Äh Ah, hier mit Feuer Occupied Okay Ah, und jetzt wird's heimelig Ja gut Wir verbringen hier noch Einen heimeligen Nachmittag Und in der nächsten Folge Würde ich sagen Machen wir hier ein Dach Sonst zieht's Ja, gut Gut Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschau 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 wanna Tschau Slam Untertitelung des ZDF für funk, 2017